Hey Leute, ich bin's MacPaperick. Ihr habt ein Problem mit Steam. Steam verbindet sich einfach nicht bzw. lässt sich nicht mit dem Internet verbinden und ihr habt hier Verbindungsprobleme. Ich zeige euch einmal, welche Möglichkeiten ihr da zur Fehlerbehebung habt. Im ersten Schritt solltet ihr natürlich mal testen, ob euer Internet überhaupt geht. Dadurch könnt ihr hier mal so einen Speedtest machen zum Beispiel. Da wird die Leistung des Internets gemessen und daran erkennt man in meinem Fall, dass hier keine Verbindungsprobleme vorliegen. Das heißt, das kann ich erstmal ausschließen. So und sehr sehr häufig liegt es an folgendem Problem, das Steam nicht verbindet bzw. man kann das entsprechend lösen, das Problem, indem man hier die Startverknüpfung einmal mit der rechten Maustaste anklickt, auf die Eigenschaften geht und hier ein Befehl ergänzt. Wir gehen am Ende der Zeile hier, drücken einmal die Enter-Taste und fügen folgenden Befehl ein, nämlich den hier. No Chat Tui minus No Friends Tui. Ich habe euch das unten nochmal reingeschrieben. Ist ein bisschen schwierig sonst. Da könnt ihr euch das rauskopieren. Und dann sagt ihr übernehmen und geht hier auf Fortsetzen. Also bestätigt das, dass das Ganze im Administratoren-Modus gestartet werden kann. Dann drückt ihr OK und dann probiert es mal. In den häufigsten Fällen hilft das nämlich bei der Problemlösung, wenn ihr Probleme mit dem Verbindungsaufbau habt. Ich hoffe, es hilft euch. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann. Euer MacPaperic